Niemals. Konsulat bei Delia's Turnmarket. Random. Ich habe auch mal das Zwei-Etagen-Ding gewählt. Das Zwei-Etagen-Ding gewählt. Nice. Und alle so, warum diesen Scheiß-Botten? Genug am Automaten sollte man vielleicht zumachen, weil da ist mich direkt in der Ecke von unserem Raum hier. Okay. Genau, da könnte man uns glaube ich zu leicht in den Rücken fallen. Die andere ist im Gang draus, das wäre nicht so wild. Hm. Der Kassel hat sich eingekasselt. Ist das ein Euphemismus für eingepinkelt, vor Angst? Vielleicht. Wir haben ja Hauptgang reingedrohnt. Vielleicht hör ja auch an Spiraltreppe. Oh, was ist das? Ah. Ich habe zwei Sprengdrohnen zerschossen. Geh mal Richtung Yellow ist der erste. Diffuser liegt hier. Oh geil, dann komme ich wieder zurück. Der Zwischengang hier vom... Da ist einer drin, an der Luke, die ich zugemacht habe. Am Automaten. Genau der. Kameras sind gehackt. Ich habe meine Kamera in Visa. Ich kann dir sagen, wenn von deinem Donut Gefahr droht. Außer er kommt durchs Fenster rein. Das sehe ich nicht so gut. Jetzt sehe ich nichts mehr. Die ist an der Treppe vom Keller in Visa rein. Guckt in Visa in die Fenster. Ping 3 ist meiner. Könnte sein, dass die jetzt im Keller gelaufen ist. Ja, ich habe die Diffuser hier und ich bin noch komplett zu hier. Die schafft das nicht mehr. Ja. 15 Sekunden left. Ah, ist wieder Visa oben. Ja. Das sind so ein paar Säulen im Weg gewesen bei meiner Kamera. Das war jetzt nicht ungünstig. Und ich rinne in die Frostfalle. Da wird der Leichnam nochmal gefalten. Ja. Hätte einfach nur warten müssen, wäre sie an die Frostfalle gesprungen. Gar nicht skierender um die Ecke zu gucken. Vielleicht noch weggeholt zu werden. Dann wäre er vielleicht gestorben, aber dann wäre er auch gestorben. einfach mal entspannt mit dem ganzen Ding zusammen, äh, eingesperrt. Ich glaube, das Problem mit dem Spot ist halt auch für die Angreifer, dass du, egal auf welcher Etage bist, du musst halt in einen Raum. Das heißt, du machst das Ganze zu einem Einraum-Objektiv. Weil die können halt ja auch schwer die Etage dann wechseln oder so, ne? Ja. Außer sie springen direkt runter in den anderen Raum, aber dann ist halt wieder die Gefahr, dass überall die Verteidiger sein können. Also du kannst schwer die Etage wechseln. Wenn du aber auf einer Etage angreifst, greifst du quasi ein Einraum-Objektiv an, was sich dann wieder leichter verteilen lässt, weil die Verteidiger halt leichter die Etage wechseln können und so, ne? Also das ist, glaube ich, taktisch gar nicht so verkehrt. Das ist eine Mini-Wende, da helfe ich dir. Bei den Großen hätte ich zum Schluss. Das ist zu schwer. Ich habe Exitons das gehört. Oh, hallo. Das ist noch zwei, zwei an der Luke. Ich weiß nicht, ob er sich von hinten beschossen aus der Objective-Richtung oder so. Wieso ist denn hier zugekasselt? Was ist denn das für ein satanischer Mist? Wer macht denn da eine Castle-Tür hin? Äh, vermutlich Castle. Oh Gott, was für ein Idiot. Jetzt wollte ich dich schön umlaufen und stehe plötzlich vor der Castle-Tür, ne? Oh Gott. Meldes Ding griffen. Meldes Ding griffen. Op 4, last operator standing. Op 4 eliminated. Mission successful. Gulasch! Ich habe mich da einfach um die Ecke gestellt, nachdem ich Ash getötet habe. Da kommt Doki um die Ecke und habe mich gar nicht voll genommen. Finde ich auch schön. Ja, ich schätze mal jetzt wahrscheinlich Konsultor der Beste, ne? Mhm. Dann kann ich wieder den Boden aufmachen. Und wenn es es bloß abschreckt, reinzugehen und zu planten, wenn der Boden auf ist, selbst wenn keiner verteidigt, ne? Ja. Wobei schreckt das Gegner ab. Manchmal habe ich das Gefühl, so weit denken die gar nicht, ey. Na gut, das hängt von den Gegnern ab, aber. Sonst sind sie immer drin und seit wir den Boden aufmachen, hatten wir kaum Gegner, die dann reingeschwengelt und da geplantet haben, also. Ist auch richtig. Kann natürlich auch andere Gründe haben, aber man könnte es vermuten. Es liegt nahe, sowieso. Mhm. ... ... 10 Sekunden remaining Engine max Down to 5 Sekunden Top 4 has located a bomb Jetzt piekt der da am Fenster Ich bin ja aufgeregt, dass ich den nicht wegschwote Scheiße, Lion hat mich Ich bin tot Achso, ich hatte nur gepinkt Wo waren wir? Ich bin oben reingekommen im Bad So Türen könnten wir ja mal zu Kassel Kassel Da haben wir natürlich einen Winkel über das ganze Etage in den Objektifraum rein Oh Gott War lustig, der Lion hat das erste Mal gepinkt und ich bin einfach stehen geblieben Und da rennt mir dann einfach der Ace total rein Aber das hat dann beim Lion selber leider nicht funktioniert Schade Oh Gott, der Chip, der sich gerade selber wegzeffiert hat, hat sich da den Diffuser genommen Das ist ja gesund Haben wir es verloren Ja gut, war noch die beiden Redems Ja, anstatt mit Kassel mal so die Sichtachsen zuzumachen Nee, ne Dann macht er Laufwege zu in dem einen Ding Hier macht er nur das Fenster zu Keine Ahnung, ob er sonst noch irgendwas angebracht hat Aber Nicht irgendwie so die offensichtlichen Sichtachsen Das ist traurig Sind bestimmt oben, aber Ah nee, unten Tatsächlich sogar unten Ich hab gedacht, ich gucke nur mal unten, weil ich hier gespawnt bin Aber Tatsächlich Garage Oh, da kommen wir wieder runter Die machen hier das Ding auf über der Wand Aber bisher haben sie noch nichts verstromt Aber Kaid wird schon noch kommen wahrscheinlich Oder die machen die Kaid-Verstromung oben Kann sein, die haben auch einen Loch im Boden gemacht oben Vielleicht sollten wir wieder oben rein Das Gruppost in der Küche So Ah, der Fuse geht da rein, das verstehe ich jetzt gut Geht wieder raus Kann leider auch keine Füße sehen Ich bin hier gegen Jetzt juckt mir die Nase, während ich hier um die Ecke peak Da läuft einer Irgendwo Kommt hier noch einer reingeprimmelt Gott, ist der blöd Das Luke auf Ist er oben drin? Nee, noch nicht Jetzt geh ich aber rein, scheiß drauf Hier ist keiner mehr Ich hör hier aber noch was Ich hab die Kaiden gerade weggemacht Gut Dann geh ich auch wieder runter Kommt mal, weil Yellows der ist, ne? Hm, Blender rein Das ist eine scheiß Idee Hier stehen noch zwei andere Dann geh ich rüber zu Spiral Warte mal, ich kann mal gucken, ob die Luke hier oben verstärkt ist Ja, ist sie Komm mal ja Boden auf Noch einer Das war's Ich hab mich dabei zwar fast selber getötet, aber Ist ein Einsatz ist ja nie verkehrt Das ist richtig Der ist in der Mitte vor der Wand, das hab ich richtig gut gesehen Durch den Boden oben, konnte die Kralle wegnehmen und dann unten aufbrechen Er war schon nicht doof, von denen oben die Luke noch zu verteidigen Das war eigentlich ganz gut Geholfen hat's ihnen aber auch nix Nee, das richtig Aber nur, weil wir so messerscharf reagiert haben Mhm Und zwar, wenn wir einen Idioten hatten, der reingerannt ist und sich als Opfer geopfert hat Damit wir wissen, dass da oben einer ist Der dachte, der mit einem halben Fuß weggeschossen hat Dachte mir schon, dass wir oben ist Wurden nur die unwichtigen Leute getötet Oh Mann Tja, dann sind sie jetzt aber wahrscheinlich oben Das ist ja hart versackt, haben wir unten, meinst du? Achso, stimmt, könnten ja nochmal Konsul, dann ist ja ganz gut, dass ich hier den Fuß-Typi hab Kann ich Clem ausstellen Oh, die haben Clash Also auf Clash hab ich jetzt nur so Semi-Bot-Mustler dazugeben Ja, je nachdem, wo sie ist, ne Ich stelle erstmal hier was hin Fenster zugekastelt Ich klopf schon mal ein bisschen Kann ich auch auferschen, wenn du willst, da muss ich klopfen Oh, ich hab Zeit Während du unten Clem ausstellst, bis du da bist 5, 6 und 7 Und 8 Ich sehe da keine Füße Asami ist dahinter im Donut Hab mich direkt weggenommen Der Draht wackelt Das heißt doch, da ist einer, ne Ja, ihr müsst draußen, ne Zwei sogar, wenn draußen wohnt Am Donut da hinten ist immer noch Asami Ach du, der Wanderer vom Spiel Du hast Asami, sehr gut Das war jetzt ein bisschen optimistisch, ne Jetzt kimmelt der mir vor der Nase rum Kann ich nicht mal eine Drohne reinwerfen, ey Da ist noch einer jetzt im Objective drin Ja, Clash sitzt am Fenster Nein Uh, uh Clash ist da bei dir Castle ist direkt dahinter Ist der da am Schreibtisch oder wo? Äh, näher an der Tür Richtung anderen Raum Vigil ist hier vorne auf der anderen Seite Äh, Vigil in N.A.? Ist das weggelaufen? Oh mein Gott, ey, ist der blöd Hauptsache ich schießt auf Clash, weißt du? Ah! Ich hab ja gar nicht gefühlt Nein, der Realm hatte den, der hat auch ein paar verloren Fuck Sehr gut Nur noch Clash, die kriegt doch zu zweit Die ist bei Fuse, die ist bei Fuse Nein Boah, ich dachte, ich plane lieber Ja, ja, besser so, dem Zeit verschaffen So ne dumme Clash hab ich aber nie als Gegner Bei mir drehen die sich immer noch wie gestört Jetzt hab ich dem in den Rücken geschossen Weil ich dachte, der Clash wäre zwischen uns Aber der hat die ja weggedrückt Aber er ist nicht gefallen Das wäre jetzt noch ärgerlich gewesen Ich stelle meine Klee-Monster hin Alles perfekt vorbereitet Will F drücken Äh, wie, wie, wie? Kein Diffuse? Scheiße Wenn man es nicht nimmt Also ich muss echt jedes Mal das Ding nehmen Weil die Render Sie verlieren Sondern noch an den dümmsten Stellen Zum Teil Ich meine, das ging jetzt Ich hätte Zeit gehabt zum Planen Dann hätten wir immer noch in Ruhe zusammen hingehen Können Jetzt können wir meine Klee-Maus noch holen Und hinstrengen können Und dann erst zu Clash gehen Ah Stressig Okay Vielen Dank.